Hallo, schönes Du und sowas von herzlich willkommen bei den Joy Bombs. Dein Business und das Sommerloch. Also Joy Bombs, wir müssen dringend reden, ganz, ganz dringend, urdringend, weil wo überall stoppst Du Deine Kreationen, weil gerade Sommerferien sind, weil gerade Vorweihnachtszeit ist oder Weihnachtszeit oder alle Leute ihre neuen Vorsätze in die Tat umsetzen und deswegen, weil gerade Ostern ist, weil gerade Sankt-Nimmerleins-Tag ist. Wann ist der Sankt-Nimmerleins-Tag noch einmal? Eigentlich jeden Tag. Ah, okay. Na dann, da brauchen wir gar nichts mehr kreieren. Dann können wir gleich aufhören. Also, wir sprechen heute über das Mysterium Sommerloch und Vorweihnachtszeit und überhaupt und teilen einfach so ein paar Dinge mit Dir, wo Du Dich mal fragen könntest, wer oder was Deine Kreationen stoppt, wenn Du in diesen Zeiten das Gefühl hast, dass die Energie stoppt. Was ist, wenn das Sommerloch auch einfach nur eine Lüge ist? Und mit Lüge meinen wir immer eine Ansicht, die einfach nicht wahr ist. Halt eine Erfindung. Ja, weil ich weiß noch, dass ich habe 2019, ist mir das zum ersten Mal so begegnet. Es war übelst eigenartig, weil vorher war ich angestellt und ich habe in den Sommerferien tatsächlich immer unglaublich viel Umsatz gemacht. Obwohl man ja sagen könnte, hey, offiziell hatten wir in der Tanzschule keinen Unterricht, aber ich habe halt voll viele Workshops gegeben und alles Mögliche und die Leute sind im Urlaub und alle müssen das Geld sozusagen zusammensparen für einen Urlaub, aber für mich war das immer die Zeit meines Lebens, so nach dem Motto. Und als ich dann selbstständig war, also ich habe mich im September 2018 selbstständig gemacht und dann hatte ich den ersten Sommer 2019. Ich hatte tatsächlich ein Sommerloch und ich habe mich gefragt, woher das auf einmal kam. Und dann habe ich eine Session genommen bei einer Frau und die so, naja, das ist ja normal und im Sommer und es ist überall so, dass die Leute keine Lust mehr haben, Geld für Coaching oder Workshops oder sowas auszugeben, weil sie alle nur noch in den Urlaub wollen. Und ich weiß noch, ich saß da und war so, aha, echt, ist das so? Also scheinbar hat sie recht, hat sie nicht recht, mich hat das total beschäftigt. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, so hey, es mag sein, dass das für einige Menschen so ist, dass die Prioritäten einfach andere sind, dass sie sagen, hey, ich habe keine Lust in den Sommermonaten oder was auch immer oder um Weihnachten rum oder ich brauche gerade einfach mal was anderes. Aber wir sind so viele Menschen auf dem Planeten. Wir werden nicht alle gleichzeitig, oder? Also wir werden nicht alle gleichzeitig beschließen, so ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja, und ich finde aber, dass das eine sehr interessante Sache ist, weil ich schon den Eindruck habe und auch beobachte, dass das viele Menschen gerade mit eigenen Businesses sehr bewegt. Ja, da kaufen sich sehr, sehr viele Leute drin ein, dass es sowas wie ein Sommerloch gibt. Und vielleicht ist auch so ein bisschen die Frage, ja, wann sind dann die besten Termine für Workshops, Kurse, etc. Und da kann ich auch nur einfach sagen, folg deiner Energie, folg dem, was du darüber weißt. Und es ist witzig, dass du das ansprichst, weil wenn ich mich jetzt so an letzten Sommer erinnere, in den Sommerferien waren meine Kurse am meisten voll letztes Jahr. I know. Das heißt nicht, dass es dieses Jahr so ist, aber letztes Jahr waren die Kurse bummvoll um die Sommerzeit herum, was wirklich spannend ist. Ja, und ich glaube, es gibt nicht wirklich den perfekten Zeitpunkt. Es ist nicht, also, ich habe auch zum Beispiel einen Dreitageskörperkurs letztes Jahr über Silvester tatsächlich gehostet in Wien. Und ich weiß sogar, dass der Facilitator mich auch gefragt hat, naja, ist das jetzt ein gutes Datum, weil es fahren ja so viele, der Silvester und so, und so viele sind nicht da. Und trotzdem war der Kurs voll, weil es gibt trotzdem Leute, wie du richtig sagst, die sind da und die sind vielleicht gar nicht interessiert am Partymachen zu Silvester und die wollen vielleicht irgendwas Entspannendes machen, was ihrem Körper gut tut. Und ja, also, ich glaube, und da habe ich halt ganz viel einfach so Fragen gestellt um den Kurs herum. Naja, also, wenn wir den Kurs machen, wie wird mein Leben sein in 500 Jahren, kreiert es mehr, etc., etc. Also, ich bin so wirklich in die Frage gegangen damit und das ist eigentlich meistens, wie ich meine Kurse kreiere. Und ich finde das dann immer ganz lustig, weil dann immer die Leute auf mich zukommen und sagen, hast du jetzt wieder gewusst, dass Portaltage sind? Hast du irgendwas absichtlich da gelegt? Und ich immer so, genau. Ja, natürlich. Was denkst du da? Ich bin total gut informiert über die Sterne und so Zeugs. Und nein, an der Stelle nicht, weil natürlich ist es eine hilfreiche Info und ich finde es dann immer ganz cool, wenn ich das erfahre, ah, da sind wieder Portaltage, aber in Wahrheit gehe ich nur nach meinem Gewahrsein und ob es etwas kreiert. Und ja, das sind aber so Tools, wo du ganz schnell herausfindest, okay, ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein und da musst du nicht wissen, okay, ist da jetzt ein besonderer Feiertag, ist da jetzt Urlaub, ist da jetzt, ja, Sankt-Nimmerleins-Tag, wie du das so schön vorher genannt hast. Stell dir einfach Fragen zu dem Kurs. Und ja, ich finde, Kurskreation ist generell das leichteste, weil es ist einfach, ja, sei in der Frage, folge der Energie und los geht's. Und lass dich auf jeden Fall nicht abhalten von diesen ganzen Sommerloch-Geschichten. Und das finde ich nämlich auch spannend, viele heben sich dann viele Programme erst auf für September, Oktober, November und dann gibt es aber, das habe ich auch schon gemerkt, wieder so ein Überangebot, wo die Leute gerne nachkommen, sich überall die Dinge, überall dabei zu sein, wo sie gerne dabei wären. Also ich habe das auch schon umgekehrt erlebt. Ja, voll. Und ich meine, wenn wir jetzt mal ganz simpel uns beide mal anschauen, ich meine, wir sind auch unendliche Wesen in einem Körper auf diesem Planeten. Und wie oft stehen wir auch total drauf zu so, ich sage mal in Anführungszeichen, besonderen Terminen einfach einen geilen Kurs selber zu buchen. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich einfach in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ich war immer voll dankbar, wenn irgendwer ein geiles Seminar angeboten hat. Und ich war übelst happy, als ich dann Seminare geben durfte, weil ich unterrichte zu der Zeit jedes Jahr und meine Kurse sind immer gut besucht, weil die Leute sich einfach darüber freuen, weil es auch, vielleicht auch mal für den Perspektivenwechsel, weil es auch eine Zeit ist, wo die meisten einfach frei haben, weil viele Unternehmen komplett frei haben. Das bedeutet jetzt gerade auch mal aus der Familienperspektive, dass eine Mama sich easy rausziehen kann aus dem Familienalltag, weil einfach der Papa sowieso frei hat, ne? Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Voll, voll. Und ich finde auch, also was ich auch beobachtet habe, das ist so geil, dass du das angesprochen hast mit dem Überangebot im Herbst. Das ist nämlich auch total mein Gewahrsein und ich weiß, dass ich, bei mir ist es immer eher so der September, Mitte September bis Mitte Oktober, wo ich bei mir in den letzten Jahren, gar nicht weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, aber wo ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass ich ein bisschen langsamer gemacht habe und ein bisschen mehr quasi für mich Sachen gebucht habe, als rauszugeben, weil dieses Überangebot da war. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade im August voll schöne Gruppen sich formieren, voll schöne Leute sich finden. Ja, und darf ich an der Stelle was sagen, was ist, wenn das überhaupt alles immer Ausreden sind? Ja. Also, da kann ich nicht, weil da ist jetzt Sommer. Da kann ich nicht, weil im September kann ich nicht, weil da hat jetzt die Schule angefangen. Im Oktober, da scheitert es leider am Geld und da habe ich gerade so viel zu tun in der Arbeit, weil vorerst habe ich mich um die Kinder gekümmert, um die wieder schulfit zu machen und jetzt bin ich wieder in der Arbeit. November ist dann auch wieder knapp, weil es kommt ja Weihnachten. Weihnachten, Dezember geht überhaupt nicht, weil da bin ich ja total im Weihnachtsstress. Danach bin ich erst mal krank. Danach bin ich mal krank und mit meiner Familie. Dann fängt das neue Jahr an, da habe ich wieder Stress in der Arbeit, weil da geht es ja wieder so richtig los. Im Februar geht es dann auch nicht, da scheitert es wieder mal am Geld. März, da weiß ich noch nicht. Da geht es in Frühling raus, da geht es in Frühling raus, das ist auch immer ein bisschen schwierig. Da sind wir dann auch wieder krank, weil oder da kommt die Frühjahrsmüdigkeit, die kommt dann und fällt über mich drüber. Genau, also es ist eigentlich eh nie wirklich ein guter Zeitpunkt. Im April habe ich Geburtstag, also ich nicht. Ich auch nicht. Im Mai könnte es sich ausgehen, aber da jetzt gerade Juli ist und nächstes Jahr Mai, da weiß ich noch nicht, was ich vorhabe. Also da kann ich dir leider auch noch nicht fix zusagen. Ja, im Juni haben wir dann den Schulschluss. Ja, und dann sind wieder Sommerferien. Entschuldige, da bin ich auf Urlaub. Also das ganze Jahr geht eigentlich nicht. Eigentlich können wir es wirklich sein lassen, oder? Schlussfolgerung aus dieser Folge. Schmeiß alles hin und lass es. Nein, bitte nicht. Genau. Lass uns mal das Ironielämpchen ausmachen. Worauf wollen wir hinaus? Erstens mal, stopp dich nicht. Zweitens mal, stopp deine Kreationen nicht. Drittens mal, wähle, wähle, wähle für dich. Es ist okay, jeder Mensch wählt für sich und es ist okay, wenn Menschen wählen, was sie wählen. Also pack deine Erwartungshaltung da weg und wähle für dich. Wähle, dass die Menschen dich finden, dass du den Menschen begegnest, die einfach auch Bock haben auf deine Kreationen. Und es ist ja nichts dabei, weil Sophie und ich jetzt hier auch gerade so ein bisschen aufgedreht haben. Es ist ja auch überhaupt nichts dabei zu sagen, ey, da ist gerade Schulanfang, da steht mir der Geist überhaupt nicht. Es ist ja alles in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, krank zu sein. Es ist alles cool. Nur lass dich nicht diktieren und kontrollieren von dem, was andere Menschen für sich wählen oder nicht wählen. Genau. Ja, und sei dir einfach gewahr, wenn es eben als Ausrede benutzt wird. Was nicht heißt, du darfst es jetzt, du kannst es jetzt nicht wählen, weil du hast wirklich diesen Schulstress. Nein, so meinten wir das nicht, sondern da, wo du es einfach ein ganzes Jahr lang als Ausrede verwendest, weil du eigentlich keinen Bock hast. Oder vielleicht hast du auch die Klarheit nicht zu sagen, du, ich komme einfach nicht. Genau. Genau. Ja, es ist so spannend mit den Kurskreationen und auch da, Kurskreationen gehen auf und ab. Die sind nie linear. Was schon passiert ist, dass, also das merke ich schon, je mehr Kurse ich mache, es ist schon eine Linearität insofern, dass es eigentlich nur bergauf gehen kann. Aber bei diesem Bergauf hast du dann auch manchmal wieder so Talfahrten drinnen und die sind vollkommen normal. Und das heißt nicht, du bist jetzt irgendwie schlechter oder du hast ein schlechtes Datum ausgewählt oder du solltest am besten überhaupt aufhören, sondern das ist einfach so ein, es ist so ein Auf und Ab, aber ein stetiges Aufwärts, wenn du dranbleibst und wenn du weiterhin deine Taschen anbietest, die du halt anbietest. Absolut. Und was da echt, also was ist, was mir voll gut tut und ich habe jetzt so ein bisschen daraus gehört, dass das für dich auch so ist, wirklich, ich sage mal, so ein bisschen Buch darüber zu führen und dir wirklich dieses Long Game anzuschauen und nicht von einem Kurs nach dem anderen, sondern wirklich so dieses, okay, was ist so, wie ist die Tendenz? Das, was Sophie gerade gesagt hat, weil, weil das ist ja das, worauf es auch hinausläuft. Wir sind nicht hier für den schnellen Zuckerschock im Leben, sondern, oder für den Sprint, sondern wir sind da für den Marathon. Ja, definitiv. Ja, voll. Ja, es hast du schön gesagt, ja, voll. Ja, war geil, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, weil es ist schon, es ist einfach immer Wachstum zu erkennen. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, tatsächlich ein Buch darüber zu führen. Ich wollte jetzt gerade fragen, ein Buch darüber zu schreiben. Ja, wirklich ein Buch zu führen, weil wenn dann diese Talfahrten sind, dass du nicht in diese Verzweiflung gerätst, sondern dir mal wirklich das Buch hernimmst und schaust, okay, aber was ist die Tendenz? Ja. Und dann sind diese Talfahrten piece of cake und ich muss auch sagen, wenn ich so Talfahrtskurse gehabt habe, also sprich einfach vielleicht ein paar weniger Teilnehmer gehabt habe als sonst, waren das trotzdem Megakurse, also die dann auch wieder ganz besonders waren und wo ich mir dachte habe, wow, Gott sei Dank habe ich diesen Kurs abgehalten. Ja. Und der Mindfuck davor, ob da jetzt fünf Leute sitzen, zehn Leute, war total unnötig, weil es war einfach ein cooler Kurs. Absolut. Und es geht nicht darum, dass du jetzt kreierst wegen Geld, sondern dass du Spaß hast in deinen Kreationen und dann kriegt das Geld sowieso. Genau, genau. Ich hatte letztens einen Kurs mit zwei Teilnehmerinnen und es war, wie du gerade so schön gesagt hast, das war einer der Besondersten, die ich bisher gehalten habe. Wir hatten so eine Intimität miteinander. Da sind Themen auf den Tisch gekommen in einer Tiefe, wo ich mir danach nur, ich war die ganze Zeit so dankbar und das hat so lange angehalten. Also auch jetzt noch, der Kurs ist ein paar Wochen schon her, aber das ist immer noch, wow. Wow. Ja. Ja, ich weiß, das ist einfach so toll. Ich bin das so angehalten, diese Kursenergien und wow. Ich hatte auch wirklich einen sehr, sehr besonderen Kurs jetzt an der Ostsee. Und ich weiß, dass die Leute von der Ostsee zuhören. Deswegen an der Stelle auch nochmal, das war wirklich auch ein ganz, ganz toller Kurs. Mit ganz, ganz lieben Einhörnern, die ja einfach alle Granaten waren oder sind, sind, ja. Ja. Und auch, was ich auf den Fotos gesehen habe, alle nicht zum ersten Mal im Kurs gewesen, ne? Doch. Wirklich? Ich hatte das Gefühl, ihr kennt euch schon dreitausend Jahre. Wirklich? Wirklich? Das erste Mal auch im Foundation-Kurs. Wow. Glückwunsch. Oh, danke, dass ihr diesen Kurs gewählt habt. Ja, das war wirklich, wirklich cool. Weiß ich es nämlich, was du, glaube ich, an den Fotos einfach wahrgenommen hast, ist dieses, es hat sich nicht so angespürt, als wären sie das erste Mal in dem Kurs. Es war auch kein unter Anführungszeichen Anfänger-Kurs, wo wir mit den Basics anfangen, sondern es war schon, es war schon gleich vom ersten Tag an sehr fortgeschritten, fortgeschrittene Fragen. Geil. Ja, und das ist halt mega. Ja, und wenn ich es dann vergleiche zum Kurs letztes Jahr, wo ich mehr Teilnehmer hatte, dann könnte ich jetzt auch sagen, oh mein Gott, jetzt hatte ich weniger Teilnehmer, jetzt war der Kurs nicht so gut, aber es stimmt nicht. Und beide Kurse waren total besonders, wurscht und unabhängig davon, ob jetzt letztes Jahr mehr waren und dieses Jahr weniger, es waren einfach zwei großartige Kurse. und feier dich für die Kurse, ja. Danke, bitte, rede weiter. Oh mein Gott, ja. 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 Telepathie, ha? Ja, Telepathie. Ja. Feier dich für die Kurse und für die ganze, wie soll ich das sagen, für die ganze Veränderung, die die Leute wählen und feier dich für den Raum, der du bist mit den Teilnehmern in dem Kurs, anstatt immer nur zu schauen, okay, auf die Zahlen. Ja. Und ich meine, schon für eben Buch, wisse deine Zahlen, aber sie sind nicht das Erfolgsfaktum. Vielleicht das, was ich sagen wollte? Ich glaube. Ja. Weil Zahlen sind sexy, können sexy sein, aber Zahlen können auch der größte Abfucker sein ever. Ja. Und was ist, wenn du die Zahlen einfach, ich stelle mir das immer so vor, oder ich habe einfach diese Wahl für mich getroffen, dass meine Zahlen wie ein Trampolin sind für mich. Und ich habe immer so einen Grundbounce, weißt du? Und dann bounce ich ein bisschen höher und dann habe ich wieder meinen Grundbounce und dann bauen sich höher, aber es baut sich immer mehr Momentum auf, es ist immer mehr Energie. Weißt du, ich werde immer stärker von dem Trampolin springen, genau. Das mag ich. Stimmt. Das ist gut. Ja gut, ihr lieben Joy-Bombs, ich würde sagen, ihr geht raus in diese Welt, ihr zeigt es euch und ihr kreiert es. Genau. Unabhängig von irgendwelchen Datumsgeschichten. Ja. Und erfolgt es der Energie, stellt Fragen dazu. Und erkennt euch an. Anerkennt es euch und habt Spaß und Freude. Bitte. Absolut. Ich muss Freude, okay? Bitte. Okay, na gut. Weil du so lieb bitte gesagt hast. Zünde die Joy-Bomb und lebe deine Freude. Ja, Jippie, 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 Jippie. Jippie, Jippie. Vielen Dank.